Kurvengestaltung? Was gibt es denn bei einer Kurve zu gestalten? Klar, so kann man natürlich auch an die Kurvengestaltung rangehen, nur vergibt man sich damit verdammt viel Potenzial für eine schöne Modellbahnanlage. In diesem Film sollen also einige Möglichkeiten zur Gestaltung von Kurven für Modellbahnen aufgezeigt werden. Aber wie immer gilt, glaubt nicht alles was ich sage und macht euch eure eigenen Gedanken. Gleich zu Anfang des Filmes der Hinweis, über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Kurven Nahezu keine Modellbahn kommt ohne Kurven aus. Allerdings ist bei der Konstruktion von Kurven gerade auch auf Modellbahnen einiges zu beachten. Bei den üblichen Gleisplänen von Modellbahnen ist es genauso wie bei älteren Landstraßen. Gerade, Kurve, gerade. Keine Übergangsbereiche, nichts. Ein kleines Kind in einer destruktiven Phase ist damit sicher sehr zu erfreuen, aber der normale Modellbahner ist eher weniger erfreut, wenn ein Zug kurz nach der Kurveneinfahrt aus eben jener Kurve fliegt. Was manches Kind freut und manchen Modellbahner ärgert, ist die Massenträgheit. Oder verkürzt formuliert, die Masse will in dem Bewegungszustand verharren, in dem sie sich befindet. Oder wie Helmut, ähm, Isaac Newton es etwas ausführlicher formulierte, ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Laut der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein nimmt die Masse eines Körpers sogar zu, je schneller er sich bewegt. So gesehen können wir froh sein, dass sich unsere Modellbahnzüge mit weit weniger als Lichtgeschwindigkeit bewegen. Daraus folgt für Modellbahner, man sollte einen Knick am Kurveneingang vermeiden. Letztendlich gilt es ruckartige Richtungswechsel zu vermeiden, um die Fliehkräfte langsam ansteigen zu lassen. Die Konsequenz aus dem eben gehörten ist, dass der Übergang von der Geraden zur Kurve möglichst sanft verlaufen soll. Zur Verdeutlichung habe ich mal einen Gleisplan aus einer x-beliebigen Starterpackung eines beliebigen Modellbahnherstellers genommen. Gerade fällt mir auf, die roten Pfeile in der Illustration habe ich am Übergang zwischen Gerade und Kurve etwas zu früh gesetzt. Aber irgendwas ist ja immer. Die Grafik zeigt jedenfalls, dass die Fliehkraft ruckartig einsetzt und durch die ganze Kurve hindurch hoch bleibt. Bei Gleissystemen ohne Flexgleis ist daran im Prinzip auch nicht viel zu ändern. Man kann den Effekt höchstens abmildern, aber nicht ganz vermeiden. In diesem Fall ist es am sinnvollsten, mit einem möglichst großen Kurvenradius zu beginnen. Bis zum Zenit der Kurve werden die Radien Stück für Stück enger. Danach wird die Kurve wieder weiter. Der Übergang in die Gerade sollte dann wieder möglichst sanft sein. So ganz ideal ist das zwar nicht, aber ohne Flexgleis geht es halt nicht besser. Übergangsbögen Bei Gleissystemen mit Flexgleis kann man einen sogenannten Übergangsbogen einbauen. Das ist ein ruckfreies Übergangselement zwischen Gerade und Kurve. Eine besondere Eigenschaft des Übergangsbogens ist ein sich ständig verändernder Radius. An Mathematik interessierte Modellbahner können sich die Formeln für Übergangsbögen aus dem Internet raussuchen. Ansonsten sind auch alle notwendigen Informationen im Normblatt NEM 113 des MoRub zusammengefasst. Den Link zur Normensammlung des Verbands der Europäischen Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde Europas, kurz MoRub, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kreative und oder an Spaß orientierte Modellbahner können allerdings auch eine andere Methode verwenden. Die Position der Geraden ist gegeben, genauso wie die Position der Kurve. Dazwischen ist aber noch eine Lücke zu füllen. Jetzt nutzt man beispielsweise einen flexiblen Holzstreifen als eine Art selbstgebautes Kurvenlineal. Es muss jedenfalls ein Material sein, das sich mit einem gewissen Widerstand biegen lässt. Dieses selbstgebaute Kurvenlineal platziert man mit dem einen Ende auf der Geraden dicht neben der Gleismitte. Mit einer ausreichenden Anzahl Schrauben zwingt man es in eine Position, die es nicht verlassen kann. Nun macht man am kurvenseitigen Ende der Gleislücke dasselbe mit dem dort befindlichen Bereich des Kurvenlineals. Dabei kann es zu Ausbauchungen im Bereich des Übergangs von der Geraden zur Kurve kommen. Das sollte natürlich vermieden werden. Dazu korrigiert man diese Ausbauchung mit der Hand und setzt eine weitere Schraube an die passende Stelle. Wenn ein harmonischer Kurvenverlauf gefunden ist, überträgt man diesen mit einem Stift auf die Grundplatte. Oder besser gesagt auf das Trägermaterial, auf dem dieses Gleis liegen soll. Insgesamt ist es ja schon ein gewisser Mehraufwand, einen Übergangsbogen zu bauen. Man sollte sich also auch überlegen, wann und wo sollte man so ein Ding wirklich einbauen. In meinen Augen ist der Einbau von Übergangsbögen dann sinnvoll, wenn besonders hohe Geschwindigkeiten gefahren werden, lange oder schwere Züge gefahren werden oder Fahrzeuge mit hochliegendem Schwerpunkt verwendet werden. Auch wenn schwere oder schwer laufende Waggons am Zugende verwendet werden, kann ein Übergangsbogen sinnvoll sein. Aber der für den Modellbahner wichtigste Punkt könnte sein, dass es einfach geil aussieht, wenn so ein Zug langsam in eine Kurve reinfährt. In meinen Augen ist der Übergangsbogen also kein Dogma, das an jeder Stelle verwendet werden muss, das aber an vielen Stellen verwendet werden kann, wenn der betreffende Einsatz nicht störend ist. Bei der freien Strecke in der rechten Bildhälfte wurden Übergangsbögen recht exzessiv verwendet. Das lag daran, dass an dieser Stelle der Modellbahnanlage eigentlich nur die Bahnstrecke zu sehen ist. Es ist nahezu keine Ablenkung vom Fahrverhalten des Zuges gegeben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass an dieser Stelle der Anlage die Erreichbarkeit nicht negativ beeinflusst wurde. Beim Gesamtblick auf die Anlage fällt auf, dass ich Übergangsbögen im Wesentlichen auf freien Streckenabschnitten einsetze. In Bahnhöfen ist das Ganze dann doch etwas zu kompliziert und außerdem hat das Auge ausreichend viele Ablenkungen von dem etwas rupigeren Fahrverhalten der Züge. Zudem spielt die Anlage im Übergangsbereich zwischen Epoche 3 und Epoche 4. Die Fahrzeuge waren also insgesamt alle etwas langsamer unterwegs als heute. Eines der häufigsten Gegenargumente gegen Übergangsbögen ist das Argument, ja, aber der Platz. Das mag auf Kleinstanlagen durchaus stimmen, aber schon ab mittleren Größen ist dieses Argument nicht mehr wirklich gegeben. In dem Diagramm hier werden die Streckenverläufe mit und ohne Übergangsbögen verglichen. Links ist die Darstellung des Streckenverlaufs ohne Übergangsbögen, rechts ist die Darstellung des Streckenverlaufs mit Übergangsbögen. Die blauen gestrichelten Linien kennzeichnen die Scheitelpunkte der Kurven. Sie liegen also bei beiden Diagrammen auf denselben Linien. Dagegen markieren die grünen Linien den Kurvenbeginn ohne Übergangsbögen. Wenn man es genau nimmt, verkürzen die Übergangsbögen, die hier rot eingezeichnet sind, also nur die Gerade zwischen zwei Kurven. Überhöhungen Natürlich geht es hier nicht um narzisstische oder rassistische Selbstüberhöhungen. Genau genommen geht es um Querneigungen der Fahrbahn zum Kurveninneren hin. Laut NEM 114 des Morob ist eine Überhöhung des Gleisbogens für Modellbahnen aus fahrdynamischer Sicht nicht notwendig. Rein optisch gesehen macht es aber auf der Modellbahn schon eine ganze Menge her, wenn sich die Züge in Kurven leicht nach innen neigen. Aber auch hier gilt, es kommt auf einen möglichst sanften Übergang von der Ebene zur Neigung hin an. Gemäß NEM 114 soll der Übergangsbogen sowohl den Übergang von der Geraden in die Kurve, als auch den Übergang von der Horizontalen in die Neigung gewährleisten. Der Kreisbogen zwischen den beiden Übergangsbögen hatte also immer eine konstante Neigung. Ich denke aus den vorangegangenen Ausführungen lässt sich erkennen, welche zentrale Bedeutung ein Übergangsbogen für eine elegante Gleisführung hat. So, wieder ist ein Ende des Filmes erreicht. Wem der Film gefallen hat, der kann ein Like oder einen Kommentar da lassen. Wer mehr von diesen Filmen sehen will, der sollte den Kanal abonnieren. Wer über jeden neuen Film von mir benachrichtigt werden will, sollte nach dem Abonnieren auf das Glöckchen klicken. Ansonsten wäre es sehr hilfreich, bei einem Dislike einen Kommentar zu hinterlassen, was genau an dem Film nicht gefallen hat. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.